So, fertig mit Zoom-Sitzung, jetzt geht's live! Ich setze mich ein für zukunftsgerichtete Lösungen mit dem Fokus auf die Entwicklung unseres schönen Zurzipiet. Mein Name ist René Huber. Ich wohne zusammen mit meiner Frau und unseren drei Kindern in Gippingen und arbeite als Direktor im Asana-Spital Lückeren. Zentrale Anliegen sind mir die Sicherstellung der medizinischen Grund- und Notfallversorgung, bisherige Arbeitsplätze und KMUs erhalten und neu ermöglichen, wie auch gute Verkehrsanbindungen. Beruflich und privat bin ich seit meiner Geburt im Zurzipierten Heim. Gerne würde ich mich mit meiner Berufs- und Lebenserfahrung weiterhin für unsere schöne und lebenswerte Region einsetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.